Hallo und willkommen zu diesem kleinen Übersichtsvideo zum Patch Lodernde Flammen hier auf gildnews.de. Mein Name ist Sputti und ihr schaut dieses Video, weil ihr euch a. so ein bisschen über den Patch Lodernde Flammen informieren wollt, ihr b. zu lange gerade am Download des Patches an sich sitzt oder ihr c. nachträglich nochmal schauen wollt, ob ihr irgendwas übersehen habt. Dieses Video gibt euch eine generelle Übersicht über den Patch mit allen wichtigen Informationen, mit kleineren Einblicken und auch mit dem ein oder anderen Hintergrundwissen, allerdings ohne Spoiler der eigentlichen Geschichte. Und ich glaube, das ist das ganz, ganz Wichtige und ich weiß, dass es da draußen ganz, ganz viele Leute gibt, die sagen, hey Sputti, bitte spoiler uns nicht und das werde ich auch nicht tun, zumindest nicht geschichtstechnisch. Was ich euch spoilern werde, ist definitiv das Gebiet, sind einige Händler und eben auch einige sonstige Features. Erstmal zum Patch selber. Mein Eindruck ist extrem positiv. All die Dinge, die so ein bisschen in der Vorschau standen zum Patch, haben sich auf jeden Fall bewahrheitet. Wir haben also ein neues Gebiet bekommen, die Glutbucht, die ihr hier seht, die verhältnismäßig groß ist, was die Karte angeht. Es ist ein bisschen Vertikalität drin, wenn es um die vier Vulkane geht, aber grundsätzlich ist die Karte relativ ebenerdig. Sie hat, wie auch schon vorher angekündigt, diese neuen Thermorohre als Funktion. Die kann man überraschenderweise gerade nicht auf der großen Karte erkennen, weil ich scheinbar zu tief stehe. Das habe ich so auch nicht gedacht. Ich gehe mal hier so ein bisschen, beziehungsweise unter der Höhle stehe. Ich gehe mal hier so ein bisschen aus der Höhle hinaus und dann solltet ihr die Thermorohre gleich besser sehen können. Jawohl, jetzt sind wir raus. Das sind die Thermorohre und die katapultieren euch immer in die Richtung, in die die Pfeile zeigen. Manche katapultieren euch auch sofort in andere Rohre. Ich habe, glaube ich, sogar das Gefühl, dass jedes Thermorohr tatsächlich eins trifft, bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Also ich weiß, dass zum Beispiel dieses Thermorohr in das trifft, das wiederum in dieses hier und dieses hier auf jeden Fall nach oben geht. Ich habe aber auch das Gefühl, dass das ein oder andere ohne Ziel weiter katapultiert. Hier zum Beispiel oben beim Kalifenstieg ist Ende. Da werdet ihr nur in einen Totenkopf hinein gepustet. Die Karte enthält etliche Erfolge, was zum Beispiel das Sammeln angeht. Ihr habt hier Mosatmarken, Mosattafeln und ein Tagebuch. Es gibt, wie angekündigt, das Jumping-Puzzle Cake der Tränen. Da dürft ihr euch auch schon drauf freuen. Es gibt einige Weltbosse, die angekündigt wurden. Der Lavawurm war ja mit dabei. Von einem Kaker war die Rede. Und auch der Morten Dominator, der sich hier in der brennenden Grotte befindet. Alles das erwartet euch auf der Karte, kombiniert mit wirklich schönen Vorevents und teilweise auch einfach nur Events, die auf der Karte stattfinden. Das alles ist auf jeden Fall sehr, sehr schick gemacht. Zur Story sage ich nur so viel. Wir fangen an bei Taimi im Labor. Und von da aus geht es dann weiter Richtung Insel. Die Insel hat weiterhin die Währung Entfesselte Magie. Das ist die Währung, die uns ja durch die gesamte lebendige Welt Staffel 3 begleiten soll. Es kam allerdings eine neue Währung hinzu. Die versteinerten Hölzer. Oder das versteinerte Holz. Versteinertes Holz könnt ihr hier bei spezifischen Bäumen abbauen. So wie es bei den Blutrubinen, bei den Blutsteinkristallen im Blutsteinsumpf war. Und ihr könnt sie hier eintauschen, unter anderem gegen eine mini-holographische Taimi, ein Accessoire, ein legendäres, ein aufgestiegenes natürlich, und ein neuer Rucksack-Skin. In diesem Fall der Lava-Totenschädel-Rucksack, passend zum Gebiet. Und selbiges Prinzip funktioniert halt ähnlich, oder ist ähnlich aufgebaut, wie das mit den Blutrubinen. Auch hier gibt es wieder eine Portalschriftrolle, um weitere Charaktere zu dieser Insel hinzuholen. Eine Besonderheit, die die Insel noch hat, das sind definitiv die wiederholbaren Herzen. Ich habe die Karte schon mal auf 100% erkundet. Und es fehlen nun wieder die fünf Herzen, die man täglich machen kann. Man schaltet damit Händler frei. Jeder Händler hat einen spezifischen Gegenstand oder mehrere spezifische Gegenstände, die er verkauft. Unter anderem auch den Gegenstand für die Primordus-Waffensammlung, die dann jetzt kompletiert werden kann. Und man bekommt jedes Mal fürs neue Abschließen ein paar Silber und ein bisschen Karma. Also derselbe Abschluss, den man normalerweise auch auf der Karte bekommen würde. Ja, soviel würde ich sagen erstmal zur Karte Glutbucht. Die restlichen Sachen findet ihr natürlich detailliert in den Patch Notes. Oder ihr schaut sie euch auf guildnews.de in unserem Guide an, beziehungsweise in den Videos zum Beispiel zum Jumping Puzzle oder zu den Erfolgen allgemein. Es gibt aber noch zwei andere Features, die es ebenfalls ins Spiel geschafft haben. Und zwar zum einen die überarbeitete Fraktallobby samt weiteren überarbeiteten Dingen in den Fraktalen. Ihr seht, das Thema hat sich ein bisschen verändert. Wir haben ein paar mehr Inseln, die uns nun zur Verfügung stehen. Und wir schauen uns das ganze Prinzip hier mal in Ruhe an und sprechen auch gleich noch über dieses Thema. Erstmal könnt ihr euch hier auf die Teleportationsplattform stellen. Die bringt euch nach unten. Das heißt, ihr müsst nicht, einige haben ja befürchtet, dass man hier springen müsste. Das müsst ihr nicht. Ihr könnt diese Teleportationsplattform verwenden. Alternativ könnt ihr das aber auch Jumping Puzzle beziehungsweise euch hochwerfen lassen mit eben diesen Sprungplattformen. Ihr habt also verschiedene Möglichkeiten, euch über diese drei aktiven Inseln zu bewegen. Hier stehen dann Kaufleute, denen solltet ihr ja noch kennen mit den Qualinfusionen. Auch die anderen Kaufleute hier dürften euch bekannt vorkommen. Ein Lorbeehändler ist neu mit dabei. Bank- und Handelsposten sind neu. Interessant ist aber dieser Golem hier, Bling 9009. Der bietet euch neue Gegenstände für Fraktalrelikte und makellose Fraktalrelikte an. Unter anderem den unendlichen Fraktaltrank für 1200 makellose Fraktalrelikte. Das heißt, es gibt endlich einen Weg tatsächlich an diesen endlosen Trank, der euch in verschiedene Dinge verwandelt, heranzukommen, ohne Glück zu haben. Alternativ könnt ihr euch hier auch unendliche Nebeltränke kaufen. Also Tränke, die ihr gedroppt bekommt, kennt ihr wahrscheinlich schon aus den Fraktalen Offensiv, Defensiv und der Mobilitätstrank. Nun könnt ihr euch unendliche Versionen davon kaufen, mit denen ihr sofort 5 Stacks der Standardtränke bekommt und die ihr halt im Inventar habt und jederzeit verwenden könnt, um eben zusätzliche Boni in den Fraktalen zu bekommen. Interessant ist auch das goldene Fraktalrelikt, wobei ich mir nicht sicher bin, ob es das schon früher gab. Ich meine schon, das goldene Fraktalrelikt, mit dem man 4, wenn man 4 davon in die mystische Schmiede packt, man eine zufällige Fraktalwaffe rausbekommt. Und darunter ist noch eine Kiste mit goldenen Fraktalwaffen. Da könnt ihr eben aus 10 Relikten und 20 integrierten Fraktalmatrixen eine goldene Fraktalwaffe nach Wahl raussuchen. Hier unten haben wir dann, und das ist auch ganz, ganz interessant, jetzt tatsächlich sichere Wege, wie ihr an aufgestiegene Rüstungen und Waffen kommen könnt. Und zwar über ein bisschen Gold, Fraktalmatrixen und Fraktale Forschungsseiten. Die könnt ihr jeweils verwenden, um euch sichere, aufgestiegene Ausrüstungen zu holen. Und falls ihr mal einen unendlichen Trank oder aber, nee, falls ihr mal einen unendlichen Fraktaltrank doppelt habt, dann könnt ihr ihn wahlweise in diese unendlichen offensiven, defensiven und Mobilitätstränke tauschen oder aber zurücktauschen in 4000 normale Fraktalgelikte, falls ihr den zufällig gedroppt bekommt oder schon zwei davon habt. Ich denke, dieser Händler ist tatsächlich sehr interessant und vielleicht auch schon länger überfällig gewesen. Hier habt ihr dann nochmal, was genau passiert. Verursachter Schaden um 3% pro Stapel, also mit 15% mehr Schaden, 15% schneller laufen und, nee, ist das sogar ein bisschen mehr, ne? Nee, drei Stapel, jeweils 15%. Das sind auch nur drei Stapel, das sind dann 9%, ne? Oder waren es fünf Stapel und dann sind das 25%? Jetzt habe ich es tatsächlich nicht mehr ganz im Kopf. Aber ihr werdet ja ungefähr wissen, wie das Ganze läuft. Gut, dann haben wir hier oben noch einen Kaufmann. Ich schaue nochmal ganz schnell rein, ob der irgendwas Neues hat und ich da was übersehen habe. Oh nein, das ist tatsächlich ein klassischer Kaufmann. Von hier kommt ihr auch noch auf die nächste Insel. Das ist die Instabilitätstrainerinsel. Hier könnt ihr mit dem NPC sprechen und euch verschiedene Nebelsperreninstabilitäten anzeigen lassen. Zum Beispiel Befallen. Und dann solltet ihr hier den entsprechenden Effekt sehen können. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie das funktioniert, ohne dass man einen Gegner aktiv hat. Vielleicht muss ich mir den nochmal genauer ansehen. Also ich kann mir wahrscheinlich einen Golem hinstellen, ne? Jawohl. Und zwar können wir hier sogar verschiedene aufrufen. Marschierende Golems, untätige Golems. Man kann sogar mehrere davon rufen. Gut, dann nehmen wir einen marschierenden und einen untätigen Golem. Und dann können wir die Effekte tatsächlich sehen. Genau, zum Beispiel zufällige Vergiftung, die uns hier zugefügt wird und ähnliche Dinge. Also wir haben hier quasi ein Feld, wo wir ein bisschen uns austoben können, beziehungsweise ein bisschen die Nebelsperreninstabilitäten und das Thema Qual kennenlernen. Von hier aus geht es dann auch in das Jumping Puzzle. Das ist ein neuer Teil der Lobby. Das heißt, wenn ihr mal auf Freunde oder sowas warten müsst oder auf eine Gruppe, könnt ihr euch hier schon mal hinstellen und das Jumping Puzzle lösen bis hoch zur gewaltigen Truhe. Ich habe dazu auch ein extra Video vorbereitet, das ihr euch nochmal anschauen könnt, damit ihr den Erfolg auch ganz entspannt bekommt. Das soll es dann erstmal zu den Fraktalen gewesen sein. Und wir schauen natürlich nochmal schnell ins PvP hinein. Im PvP gibt es tatsächlich nicht so viele Neuerungen. Im Prinzip drei Dinge, über die wir sprechen können. Zum einen das ewige Kolosseum, das ihr hier sehen könnt. Das ist die neue PvP-Map, die ins Spiel gekommen ist. Vom Aufbau her, ich weiß gar nicht, kann ich ein Match selber starten? Nein, natürlich nicht. Vom Aufbau her sieht es folgendermaßen aus. Man startet teilweise in der roten oder blauen Base und hat zwei Ausgänge. Der eine, der ist relativ offensichtlich und nah vor einem. Der andere ist ganz schön weit weg. Ich bin mir auch nicht sicher, wie oft man den tatsächlich nutzen wird. Und beim Bewegen über die Karte, da werdet ihr feststellen, es gibt wieder drei Capture Points. Und es gibt im Norden und Süden jeweils Artefakte. Und diese Artefakte haben es in sich. Wenn sie spawnen, spawnen sie zum einen gleichzeitig. Das heißt, man hat fünf Objekte auf dieser Karte, die gleichzeitig zur Verfügung stehen. Zum anderen sind die Effekte sehr, sehr beeindruckend, beziehungsweise unglaublich effektiv. Und zwar ist der Aufbau wie folgt. Das nördliche defensive Artefakt verleiht dem gesamten Team 5000 zusätzliche Lebenspunkte und 100 Zähigkeit. Und der Spieler, der das Artefakt geholt hat, bekommt zudem einen Bonus. Wenn er das nächste Mal in den Downstate geht, wird er sofort wiederbelebt. Das andere Artefakt gibt dem Team 20% zusätzlichen Schaden. Und der Spieler, der das Artefakt bekommen hat, kann Spieler, die im Downstate liegen, mit einer einfachen Attacke finishen. Das sind die Artefakte. ArenaNet hat auch selber gesagt, sie wollen ausprobieren, wie man mit stärkeren Side Objectives umgegangen wird. Also mit Nebenmechaniken zur Karte selber. Ich bin auch sehr gespannt. Optisch ist die Karte auf jeden Fall interessant, sag ich mal. So vom Kolosseumseffekt sieht das eigentlich ziemlich gut aus. Vom Aufbau her ist sie so ein bisschen trist, muss ich sagen. Aber wir werden halt sehen, es kommt hauptsächlich aufs Spielerische an. Und da werden dann die PvPler schon ihre entsprechende Meinung zu abgeben. Wie auch bei der Rache, der Steinbock gibt es wieder neue Erfolge. Mit dem Titel Ewiger Gladiator bzw. Ewige Gladiatorin. 5 Gold, 10 Erfolgspunkten. Ihr müsst Gegner besiegen. Ihr müsst Artefakte erobern. Ihr müsst Matches gewinnen. Ihr müsst Gegner besiegen, wenn ihr einen Punkt neutralisiert habt. Ja, ihr müsst, ja doch. Nein, ihr müsst Eroberungspunkte neutralisieren und Gegner besiegen, wenn ihr einen Punkt selber aktiv verteidigt. Hier wird also nicht dieses, wie auch schon übrigens bei der Rache, der Steinbock, nicht dieses, wir müssen unbedingt zu dritt oder zu fünft einen Punkt cappen, forciert. Eine andere kleine, aber interessante Neuigkeit sind die Standard-Builds. Die Standard-Builds sind im Prinzip Vorlagen, die wir auswählen können, mit denen unser Spielstil sich verändert. Man hat hier die Variante Unterstützung, Schadensresistenz, hohe Mobilität, zum Beispiel jetzt beim Weitläufer. Da wird mir Schwert, Dolch und Stab empfohlen. Druide also. Doljak, Rune, heilkundiges Amulett. Das ist so ziemlich, würde ich mal sagen, das aktuelle Bild, das man auch spielt als Druide. Und man hat als standardmäßige Option körperlicher Schaden mit Langbogen und Großschwert, Rune des Waldläufers, Marodeur-Amulett. Auch das kann man tatsächlich so spielen. Also man hat jetzt von ArenaNet pro Klasse zwei Builds an die Hand bekommen, mit denen man spielen kann. Ich glaube ja, oder ich hoffe ja auch, dass diese Standard-Builds tatsächlich nur eine Vorbereitung dafür sind, dass wir demnächst Template-Features bekommen und uns selber solche Vorlagen speichern können. Die Vorlagen ändern übrigens alles, die komplette PvP-Ausrüstung, die Eigenschaften, die Tiergefährten und auch die Skills, die man ausrüstet. Sollte man eine Waffe nicht haben, die hier aber gebraucht wird, dann wird einfach ein weißer Gegenstand erzeugt, der diese Waffe simuliert. Ja, und damit sind wir schon am Ende dieses Videos angekommen. Diese Übersicht zum Patch mit allem drum und dran, neue Karte, Fraktaländerungen und neue PvP-Maps samt Änderungen im PvP. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen und wenn, dann lasst auf jeden Fall ein Like da, gebt einen Kommentar ab, schreibt im Nachhinein, ob euch der Patch gefallen hat oder nicht. Und ansonsten würde ich sagen, viel Spaß beim Patch Lodernde Flammen und schaut bei uns auf guildnews.de vorbei für Guides, News und alles andere rund um den Patch. Bis zum nächsten Mal.